Hallo und herzlich willkommen zum Glückskinder-Podcast und heute ist Carolin von Finde Dein Mama Konzept bei mir zu Gast. Und bei ihr geht es um ein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Sie ist Scrum Master, Agile Coach und wendet die agile Methode auf das Familienleben an. Und das ist total spannend, wie ich finde. Bei ihr gibt es mehr Zeit, To-Dos im Griff und endlich Schluss mit diesem Gefühl von, ich mache und mache und mache, aber irgendwie schaffe ich nichts. Am Ende des Tages ist man immer unzufrieden so und dem setzt sie ein Ende sozusagen. Carolin ist verheiratet, lebt inzwischen in einer gleichberechtigten Elternschaft und hat drei Kinder. Herzlich willkommen im Glückskinder-Podcast, Carolin, so schön, dass du hier bist. Moin, ich freue mich hier zu sein. Sehr schön. Carolin, du bist Scrum Master und Agile Coach und hast das Konzept entwickelt, agile Methoden auf das Familienleben anzuwenden. Kannst du uns vielleicht diese einzelnen Begriffe mal erklären? Also Scrum Master, Agile Coach, agiles Selbstmanagement, das sind vielleicht viele neue Begriffe. Magst du uns kurz abholen? Sehr gerne. Ich fange mit den agilen Methoden an. Das sind letztendlich Ansätze zur Projektentwicklung. Also es geht sozusagen um Projektmanagement und agil bedeutet, dass da eine Flexibilität dabei ist. Es geht immer um Zusammenarbeit und kontinuierliche Verbesserungen. Und agile Methoden werden eben angewendet in Umfeldern, wo es besonders komplex ist. Also wo sozusagen viele Dinge nicht vorhersehbar sind, weil sich, wenn wir jetzt im Business-Kontext denken, der Markt permanent verändert und die Entwicklung so schnell geworden ist. Deswegen sind auch viele Unternehmen, die inzwischen agile Methoden nutzen. Und das heißt, eigentlich ist es eine Form von Projektmanagement, die eben sich besonders auszeichnet dadurch, dass wir kontinuierlich verbessern, dass wir sehr kundenorientiert sind, dass wir flexibel und anpassungsfähig sind. Und es sind auch immer selbstorganisierte Teams. Also es gibt nicht einen Chef, der sagt, so machen wir es sozusagen. Und Scrum ist ein Rahmenwerk, nach dem wir arbeiten. Und das kennen auch manche. Gerade in der Softwareentwicklung ist das sehr weit verbreitet. Kanban kennen andere. Das ist nochmal ein anderes Rahmenwerk. Und Scrum Masterin ist eben eine Rolle, die ich in diesem Scrum-Team hatte. Und letztendlich habe ich dort vor allem moderierend auch gewirkt. Ah ja, okay. Und du hast diese Konzepte, die eigentlich ja aus dem Business-Bereich kommen, auf das Familienleben angewendet. Das ist ja total spannend. Ja, richtig. Ich hatte da so ein Aha. Ich bin 2018 als Scrum Masterin eingestiegen mit einem Quereinstieg. Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon zwei Kinder. Heute sind es ja drei. Die waren im Kindergartenalter. Und das war natürlich auch so ein Struggle, dann Familie und Beruf gut zu vereinbaren. Ich hatte einen relativ weiten Fahrweg. Ich hatte viel Reisebereitschaft durch Kunden, die extern waren und so weiter. Und ich fand den Job halt mega cool und wollte unbedingt noch mehr machen und trotzdem für meine Familie da sein und auch nicht so 40 Stunden außer Haus sein und nur noch gestresst sein. Und dann habe ich halt immer wieder auch noch Lösungen gesucht. Und dann habe ich irgendwann so einen richtigen Klick-Moment gehabt, wo ich dachte, hey, ich stehe hier und führe agile Arbeitsweisen auf Team-Ebene ein, weil wir hier nichts vorherplanen können, weil wir hier ein Projekt entwickeln, was noch nie stattgefunden hat. Und warum nutze ich das nicht auch für die Familie? Weil die Rahmenbedingungen sind ja eigentlich die gleichen. Du weißt nie so genau, wie sind die Kinder gelaunt. Du weißt nicht so genau, hat die Kita auf oder nicht? Ist dein Kind krank oder nicht? Ist es irgendwie immer was anderes? Stehst du im Stau oder nicht? Es gibt so viele Variablen, die ich nicht einplanen kann. Und ich tue immer so, als wäre es planbar und sage, ja, ich bin um neun am Arbeitsplatz. Bin ich dann aber doch nicht, weil wieder irgendwas dazwischen kam. Also warum nehme ich nicht das, wofür quasi in der Unternehmenswelt schon eine Antwort gefunden wurde und packe es auf den Familienalltag. Und dann hat es richtig geil funktioniert. Es ist genial. Wirklich, ich kriege gleich am ganzen Körper Gänsehaut, weil das klingt ja so, als hättest du jetzt die ultimative Lösung gefunden für alle Eltern, die permanent im Stress sind. Und ich, also eh Hut ab, wie ihr das alles schafft, wirklich. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich ziehe da wirklich täglich meinen Hut davor und habe da den allergrößten Respekt. Und du kommst jetzt mit einer Strategie um die Ecke, um das komplett zu erleichtern und um dieses Stressmanagement halt sozusagen in die Familien zu bringen. Warum ist denn deiner Meinung nach agiles Selbstmanagement die Lösung für viele Herausforderungen im Familienleben? Also es ist die Lösung, weil wir auf Unvorhersehbares eingehen können und uns schnell anpassen können und wir wenig Zeit brauchen zum Planen. Das ist ja das Problem, wenn ich so klassisch plane im Sinne von heute mache ich dies, morgen mache ich das, um diese Uhrzeit mache ich jenes. Wenn es dann irgendwo durcheinander kommt, dann ist das wie so ein Dominoeffekt, dass alles aufeinander umfällt oder du musst einen Stein rausnehmen, damit der Rest nicht umfällt. Und du musst dann immer wieder umplanen. Wo mache ich das jetzt? Wo mache ich dieses? Wer übernimmt das? Und wir verbringen viel Zeit damit, permanent irgendwelche To-Do-Listen zu schreiben, irgendwelche Kalender zu pflegen und so weiter. Und das ist viel Aufwand, viel Zeit, viel Nerven, Nervkram einfach so. Und deswegen ist agiles Selbstmanagement die Lösung, weil wir planen schon. Wir haben auch einen roten Faden, aber wir sind viel schneller anpassungsfähig. Also wenn wir jetzt Kind krank haben und ich muss einspringen, dann brauche ich zwei Minuten, um mich umzuorganisieren. Und das ist eben das Supergeniale daran. Und es geht eben auch darum, dass wir Selbstmanagement erlernen und nicht Zeitmanagement. Also im Sinne von, wir können ja die Zeit nicht managen. Du hast 24 Stunden, ich habe 24 Stunden, wenn wir beide diesen Tag heute überleben. Und die Frage ist ja, wie packst du sozusagen deine Tätigkeiten, deine Aktivitäten innerhalb dieser 24 Stunden? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, uns selber zu managen und uns zu führen. Und das ist was, was mich total aufgeregt hat oder manchmal auch immer noch aufgeregt. So dieses, ah ja, jetzt hast du drei Kinder. Das ist natürlich Stress. Das ist in der Gesellschaft so total akzeptiert. Und alle gehen davon aus, je mehr Kinder, desto stressiger. Und es ist aber ja, es liegt ja an mir, was für einen Stress ich mir mache und wie ich mir meinen Alltag aufbaue. Und wenn ich alles mache, was, ich sage mal, die Gesellschaft so erwartet, dann wird es mega stressig. Aber wenn ich sage, okay, jedes Kind hat nur ein Hobby oder gar keins. Also meine Kinder haben Hobbys, aber wäre ja theoretisch möglich. Ich sage, ich lasse mir das Essen nur liefern. Ich hole mir eine Putzfrau und ich hole mir auch noch einen Babysitter dazu. Dann habe ich ziemlich wenig Stress. Also es ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie baust du dir das Ganze? Also es geht um Selbstführung. Und das Coole an Agilität ist, es ist nicht nur eine reine Methode, sondern es gibt auch das sogenannte Agile Mindset, also deine agile innere Haltung. Oh ja, interessant. Genau, die sozusagen davon ausgeht, wir sind offen für Veränderungen. Wir wollen optimieren, nicht im Sinne von, wir wollen uns selbst optimieren, bis wir an die Wand klatschen. So wie wir es ja bisher gemacht haben. Wie wir es bisher gemacht haben und viele im Burnout gelandet sind oder einfach auch mega unglücklich waren. Also es wird ja auch so ein Mittelmaß akzeptiert, so von wegen, naja komm, so schlecht ist es nicht und ich habe ja noch einen Mann und ich habe jetzt auch Kinder und so schlecht läuft es ja gar nicht. Und der Job ist auch gar nicht so schlecht. Und wo ich immer sage, ich bin, also dieses Leben ist mir zu schade, um irgendwie alles so ganz okay zu haben. Also, ja, so, warum baue ich es mir nicht cool? Und es ist vollkommen in Ordnung zu sagen, okay, in dieser Phase ist jetzt der Job mal nur so mittelmäßig, aber dafür ist irgendwie gerade die Familienzeit besonders cool. Das ist völlig fein, ne? Nur irgendwie dauerhaft zu sagen, ja, alles ist so mittel und ich akzeptiere das so und ach, es geht ja nicht schneller oder nicht anders. Das ist halt ein sehr fixiertes Mindset, ne? So, und wir gehen von einem sich entwickelnden Mindset aus, sodass wir einfach sagen so, hey, wir sind immer, wir lernen immer, wir entwickeln uns immer. Und es ist auch zu jeder Zeit in dem Sinne veränderbar, als dass wir uns das besser gestalten können. Das klingt für mich wirklich wie Musik in den Ohren, weil ich bin auch der Meinung, das Leben ist wirklich zu wertvoll, um in der Mittelmäßigkeit zu versinken. Und dann kommt aber dieses, okay, höher, schneller, weiterdenken. Und dann tappt man in die Falle, eben sich selbst zu perfektionieren, sich selbst zu optimieren und noch mehr Stress zu haben, dann so zu denken, ja, vielleicht andere schaffen das ja auch. Und es gibt anscheinend eine Methode, die bisher noch wenige Leute kannten, bezogen auf das Familienleben, mit denen, ja, mit denen du ein außergewöhnliches Leben erschaffen kannst, ne? Ein schönes Leben, ein zufriedenes Leben, ein glückliches Leben, ein entspanntes Leben und alles vereinbaren kannst. Was bedeutet Vereinbarkeit eigentlich für dich? Für mich bedeutet es, dass ich alle Lebensbereiche, die mir wichtig sind, ausreichend Platz in meinem Leben haben und sich das auch konkret im Alltag widerspiegelt. Ich habe immer gerne den Blick auf eine Woche, weil ich bin nämlich schon so ein ganz oder gar nicht Typ. Also ich erwerbsarbeite auch gerne mal den ganzen Tag bis zum Abendbrot und dann mache ich auch gerne mal den ganzen nächsten Tag Familiensachen so. Das heißt, ich gucke immer gerne so auf die Woche und habe so Lebensbereiche, die mir wichtig sind. Und Familie ist einer, beziehungsweise ich würde nochmal unterteilen zwischen Kinder und Partnerschaft. Ich trenne nämlich auch Partnerschaft und Elternschaft. Also natürlich sind die miteinander verbunden. Mein Partner ist auch der Vater aller drei Kinder. Ich weine nur damit so, ich sehe ihn auch einfach als mein Liebespartner. Also diese Beziehung, die auch vor den Kindern da war. Und mir ist wichtig, dass die Raum hat und nicht nur die Elternrolle. Super wichtig. Business ist mir extrem wichtig. Ich bin ja inzwischen im Online-Business selbstständig und habe das, also ich liebe es, mit meinem Thema nach draußen zu gehen. Und ich liebe es, in meinem Business-Wachstum zu sein. Und das ist für mich auch eine große Selbstverwirklichung. Das heißt, das ist ein Lebensbereich, der sehr viel Raum einnimmt. Und eigentlich sind diese beiden Dinge, nehmen eigentlich schon über die Hälfte sozusagen ein. Und dann ist sozusagen der nächste Aspekt Gesundheit, wo ich gucke, ausreichend schlafen, Ernährung, Bewegung. Dazu gehört dann auch Sport. Ich habe seit diesem Jahr tatsächlich zwei Abende die Woche, wo ich zum Sport gehe. Das war auch sowas, was jahrelang nicht gut funktioniert hat. Meine Älteste ist ja heute zwölf. Also es hat jetzt auch ein bisschen gedauert, bis ich das regelmäßig wieder etablieren konnte. Genau, und dann habe ich noch ein paar kleinere Lebensbereiche. Also zum Beispiel Freundschaften sind mir schon auch wichtig. Aber da ist mir zum Beispiel nicht wichtig, dass ich jede Woche eine Freundin treffe. Also das heißt, ich habe das sehr klar für mich definiert. Und dass ich diese Lebensbereiche alle Platz finden und ich die alle bedienen kann. Und das in einem guten Flow. Also ich bin auch nicht diejenige, die sagt, das muss immer alles super entspannt sein. Ich bin schon auch voll der energische Typ. Ich mag das auch so bam, 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 jetzt mal ordentlich was machen und nö. Aber dann will ich auch mal den ganzen Tag nur in der Sauna liegen oder mit meinen Kindern zum Strand fahren. Oder einfach auch mal, wir fahren jetzt bald in Urlaub für acht Tage und da werde ich nichts Erwerbsarbeiten. Es gibt ja auch so Selbstständige, die selbst und ständig sind. Das bin ich nicht. Ich mache viel und ich liebe das. Und ich liebe aber auch genauso einfach mal komplett rauszugehen. Das klingt, Caroline, nach einem bedürfnisorientierten Leben. So nenne ich das ja immer. Es geht einfach darum, dass alle Bedürfnisse, die du hast, alles, was du willst, erst mal davon auszugehen, dass das auch möglich ist. Dass es auch schaffbar ist. Das ist so mein Mindset. Weil wenn du dir das vorstellen kannst, ist es auch möglich. Und eben nicht in diese Aufgebenhaltung zu kommen, sondern zu sagen, natürlich geht das. Ich gucke einfach, wer es schon geschafft hat. Und du scheinst ja wirklich das perfekte Vorbild zu sein für alle, die denken, ich kann es nicht schaffen und es ist zu stressig. Und ich kann ja nicht noch ein Business starten, weil ich kenne auch viele Mamas, die jetzt schwanger sind und die in Elternzeit sind und sagen, ich habe eigentlich Bock, mich selbstständig zu machen. Ich habe Bock, mein Business zu machen. Aber dann die ganzen Abers, die dann kommen. Und ich möchte diese Frauen natürlich auch hier an der Stelle richtig krass ermutigen und dich da als Vorbild auch zu nehmen, weil es funktioniert ja, es scheint ja zu klappen. Ich habe es ja auch jahrelang nebenberuflich gemacht. Also ich motiviere alle, die anfangen. Ich habe 2017 einen Podcast gegründet und erst Ende 2021 bin ich in die Hauptberuflichkeit gegangen. Und dass ich sofort wirtschaftlich erfolgreich war, lag daran, dass ich nebenberuflich schon so lange am Start war. Also auf jeden Fall loslegen. Loslegen ist der allerbeste Tipp, umsetzen, sehe ich auch immer so. Und je schneller, desto besser. Ich hatte in der Vorstellung gesagt, dass du inzwischen in einer gleichberechtigten Elternschaft lebst. Was bedeutet das? War das bei euch mal anders, wenn ich mal eine private Frage stellen darf? Ja, ja, ja. Als 2012 haben wir das erste Kind bekommen und ich habe zwei Jahre Elternzeit eingereicht und mein Mann hatte die zwei Partnermonate parallel zur Geburt. Und wir sind automatisch durch diese Wahl des Vereinbarkeitsmodells in eine Ungleichberechtigung gerutscht, weil mein Mann hat erwerbsgearbeitet und ich habe alles andere gemacht. Und er kam schon nach Hause und hat auch was gemacht, aber es war letztendlich so, er hat mich unterstützt. Und das ist was, was ich sehr viel auch bei anderen Familien sehe. Und das ist nicht automatisch fair. Es ist auch nicht automatisch unfair. Es kommt darauf an, wie man es aufteilt. Aber wir hatten uns nicht Gedanken über einen Ausgleich gemacht. Wir haben nicht sozusagen von seinem Geld meine Rente bespart. Wir haben nicht geguckt, wie kann ich beruflich wieder gut einsteigen. Ich war davon ausgegangen, ich kann einfach wieder gut zu meinem alten Arbeitgeber gehen. Da war ich ein bisschen naiv, hat nicht so geklappt. Und das heißt, auch dieses, wie viel Care-Arbeit eigentlich dann ansteht, haben wir natürlich auch total unterschätzt. Und dadurch hatte ich viel mehr Belastung und war vor allem geistig total unterfordert. Und dann haben viele Jahre gefolgt von unterschiedlichen Vereinbarkeitsmodellen. Und wir sind seit 2022 im 50-50-Modell, dass wir zu gleichen Teilen Erwerbsarbeiten und die Kinder betreuen. Und Haushalt haben wir weitestgehend outgesourced. Aber es gibt natürlich immer noch Dinge, also aufräumen müssen wir immer noch selber. Und Essen kochen und so machen wir auch selber. Das heißt, auch das haben wir uns zu gleichen Teilen aufgeteilt. Und mir ist auch wichtig, da zu sagen und auch zu dem Thema vorher, wenn ich das jetzt so die Ergebnisse erzähle, wo ich heute bin, dann klingt das immer sehr idealisiert. Und das ist alles wahr, was ich sage. Und es ist auch aus meiner Sicht für jede erreichbar. Und es ist ein Weg und es gibt immer Höhen und Tiefen. Also es ist nicht so, wie es jetzt in Disney-Filmen dargestellt wird. Okay, jetzt habe ich das Ziel erreicht. Jetzt sind wir immer glücklich bis ans Ende aller Tage. Sondern wir haben echt ein cooles Vereinbarkeitsmodell jetzt gefunden. Und auch wir haben regelmäßig Diskussionen und Anpassungen. Und da sagt der eine mal, hier ist mein Bedürfnis nicht gesehen. Und da ist mein Bedürfnis nicht so gesehen. Und es verändert sich ja eh immer alles. Nach den Sommerferien haben wir ein Kind, was die Schule wechselt, weil die Grundschulezeit beendet ist. Das wird auch wieder alles durcheinander würfeln. Also wir haben auch da wieder diese agile Haltung von, es wird eh immer alles anders. Ja, also diese Akzeptanz in der Veränderung zu sehen. Ja, total. Und deswegen inzwischen sind wir halt wirklich sehr gleichberechtigt. Und es gibt immer mal wieder Links- und Rechtsauswischer, wo wir es nicht sind. Wo wir aber relativ schnell darauf aufmerksam werden und dann wieder anpassen. Und das ist genauso wie jetzt mit meinen agilen Methoden, die ich auf dem Familienalltag anwende. Die sind mega und die können jedem helfen. Und ich habe ja auch viele Teilnehmerinnen, die schon die Kopffreie-Methode erlernt haben und umsetzen. Und bei denen es auch mega funktioniert. Und was mir aber auch immer wichtig ist, es heißt nicht, dass du keine Herausforderungen mehr hast. Ja, aber du hast auf jeden Fall eine Methode, mit der du die Herausforderungen besser meisterst, gehe ich mal davon aus. Weil das ist ja auch das, was bei mir mit der GFK oder dem bedürfnisorientierten Lifestyle, das geht nicht darum, dass dann alles tutti-frutti ist und alles Disney-Filmmäßig, sondern es geht eben darum, dass du viel mehr Werkzeuge zur Verfügung hast, viel mehr Tools zur Verfügung hast, um da einfach schneller rauszukommen und eben nicht in diesen Sumpf da wieder reinzukommen. Jetzt hast du gerade die Kopffreie-Methode erwähnt. Ich möchte dich unbedingt dazu noch ausquetschen. Ich habe allerdings noch im Hinterkopf diese kleinen Abers, die dann immer kommen. Du hast jetzt einen Partner. Was ist denn mit alleinerziehenden Mamas oder Papas? Also geht das dann überhaupt? Ja, also das ist sehr individuell, weil alleinerziehend ist ja nicht immer gleich alleinerziehend. Also es ist auch möglich, wenn Eltern sich trennen, dass sie eine gleichberechtigte Elternschaft führen. Das sind dann auch viele, die dieses Wochenmodell machen. Eine Woche die Kinder bei mir, eine Woche bei dem anderen. Und es gibt ja immer mehr Familien, die das auch super gut hinkriegen. Und es gibt halt auch Familien, wo es einfach überhaupt nicht klappt oder wo der Vater einfach auch nicht mehr existent ist, weil er verstorben ist, weil er ins Ausland gegangen ist oder ähnliches. Und es ist ganz klar so, dass die Alleinerziehenden noch größere Herausforderungen haben, weil letztendlich, wenn wir jetzt mal von dem krassen Ausfall davon ausgehen, sie ist wirklich komplett alleine. Also der Partner ist in keiner Form mehr da und der Vater ist in keiner Form mehr da. Dann bedeutet es, dass sie die Mental Load sich nicht teilen kann, sondern sie alleine hat, beziehungsweise noch mehr Unterstützungssysteme aufbauen darf. Und auch die kann sich mit agilen Methoden organisieren und auch ihr hilft es. Ich habe auch Alleinerziehende schon in meinem Programm gehabt und die haben das auch wunderbar für sich umsetzen können. Und gleichzeitig ist zumindest meine These, ich bin jetzt keine Expertin für Alleinerziehende, dass sie entweder stark alles reduzieren müssen, also im Sinne von weniger Hobbys der Kinder, weniger Helfen im Kindergarten, weniger ordentlicher Haushalt und so weiter und oder sehr viel mehr Unterstützung holen müssen. Und mein Mann und ich zum Beispiel sind ja zu zweit, teilen uns beides zu gleichen Teilen auf und wir haben ein großes Unterstützungsnetzwerk. Das heißt, wir machen nicht alles alleine. Wir haben Dinge, die wir outsourcen, wie putzen, da bezahlen wir jemanden für. Wir haben Kooperation mit anderen Familien, dass wir deren Kinder regelmäßig betreuen und die unsere Kinder regelmäßig betreuen. Wir haben eine Schwiegermutter, die wöchentlich in der Kinderbetreuung mitintegriert ist. Also wir haben auch, obwohl ich sozusagen nur in Anführungsstriche die Hälfte trage, immer noch Unterstützung. Und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, weil ich hatte mal eine alleinerziehende Mama auf Instagram, die hat dann sozusagen ihr Leben mit meinem verglichen und war dann immer so frustriert, wo ich gesagt habe, dass wir haben völlig andere Voraussetzungen und das kannst du bitte nicht vergleichen. Und insofern, also auch denjenigen hilft auf jeden Fall die Kopf-Rei-Methode und dieses agile Selbstmanagement. Und sie brauchen von, ich sage ja immer, Zutaten für deine Vereinbarkeitssuppe. Also wenn wir so ein Vereinbarkeitsrezept, muss ja jeder sich selber zusammenstellen. Und es gibt halt Zutaten, über die wir alle nachdenken sollten. Und wenn die Zutat faire Elternschaft wegfällt, dann brauchst du halt von den anderen Zutaten mehr. Alles klar. Ah, das ist natürlich auch smart, so ranzugehen, ne? Weil es gibt irgendwie immer eine Lösung. Erzähl doch mal bitte von der Kopf-Rei-Methode. Du hast es ja schon angeteasert. Was ist das? Ja, die Kopf-Rei-Methode ist jetzt die, also eine agile Methode, die ich auf den Familienalltag angewendet habe, damit du deine To-Dos in den Griff bekommst. Und das bedeutet, da ist ein konkretes Vorgehen, wie du deine To-Dos sammelst. Da kann ich auch schon mal spoilern. Du sammelst sie alle an einem Ort. Das ist schon mal was. Das kannst du hier sofort aus der Podcast-Episode mitnehmen, weil viele sammeln To-Dos an mehreren Orten. Es gibt mehrere To-Dos-Zettel. Es gibt noch eine Handy-App. Es gibt noch einen Outlook, in dem To-Dos drin sind. Also es gibt viele Orte, wo To-Dos sind. Und das Problem daran ist, dass wenn du dann mal was abarbeiten willst, egal ob beruflich oder privat, du erst mal suchen musst, welche To-Dos gibt es denn? Sie dann noch mal im Überblick irgendwie zusammenschreiben musst. Sie dann noch mal priorisieren musst und dann erst eine Aufgabe irgendwie erledigen kannst. Das heißt, du hast erst mal eine Viertelstunde irgendwie To-Dos organisiert, bevor du irgendwas erledigst. Und wenn du nur eine halbe Stunde Zeitfenster hattest, dann ist irgendwie schade. Ich fühle mich da gerade voll ertappt. Wir werden das sofort umsetzen. Ich habe jetzt so ein Notion-Board mir erstellt und das werde ich direkt umsetzen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, und die Kopffrei-Methode arbeitet mit so einem genannten agilen Board, ich nenne es das Kopffrei-Board. Das ist sowas wie Notion zum Beispiel, wo du mehrere Spalten nebeneinander hast und dann gibt es halt ein Workflow, wo du regelmäßig durchsortierst und Aufgaben reflektierst, nämlich ob du sie überhaupt annehmen willst. Das ist auch ein wirklich wichtiger Marker in der Kopffrei-Methode, dass wir einmal auch prüfen, will ich die Aufgabe machen, muss ich sie machen, kann sie jemand anderes machen, kann sie später gemacht werden, also dass wir da so eine Art Filter haben und letztendlich gibt es dann ein Workflow, wie du die Aufgaben schneidest, also wie du sie konkret formulierst, priorisierst und dann nach und nach abarbeitest. Und das Tolle ist, dass du einfach dann alle To-Dos an einem Ort hast, dadurch hast du den Kopf wirklich frei und du hast ein System, wo dir immer sofort alles angezeigt wird, was besonders wichtig und dringlich ist und du kannst darauf jederzeit zugreifen und das ist super praktisch, also wenn du zum Beispiel dann hinkrankt zu Hause bist und dann guckst du nur kurz auf dein Kopffrei-Bot und weißt innerhalb von ein paar Minuten, okay, hier, da muss ich was absagen, da muss ich dies schieben und jenes und dann nach fünf Minuten kannst du dich dann ganz dem Kind widmen und bist nicht so total im Stress. Und die Kopffrei-Methode führt auch dazu, dass wir am Ende mehr Zeit für uns haben, weil wir halt weniger Aufgaben annehmen und die Aufgaben, die wir haben, effizienter erledigen. Und ich habe so eine kleine Umfrage unter den Teilnehmerinnen gemacht, es haben ungefähr 500 Leute den Kurs gemacht zu der Methode und ich habe mal gefragt, so wie viel Zeit chattest du, hast du eingespart pro Woche und die meisten haben angegeben zwischen zwei und vier Stunden. What? Genau. Dadurch, dass sie einfach jetzt quasi keine verlorene Zeit mehr haben, durch dieses Ganze rumorganisieren. Und die Zeit nutzen wir bei der Kopffrei-Methode, um zu entspannen. Das ist ganz wichtig. Nicht, um noch mehr Toulouse reinzuholen, sondern wir entspannen uns in Pufferzeiten zwischen Erwerbstätigkeit und Kinder abholen, trinken wir einen Kaffee, wenn wir Lust haben. Es gibt welche, die haben Lust, morgens um fünf Uhr aufzustehen und Yoga zu machen. Die dürfen das tun. Ich finde das zu früh. Es gibt andere, die plötzlich wieder mit dem Hobby angefangen haben. Also sozusagen diese zwei bis vier Stunden dürfen dafür genutzt werden, dass du mehr zur Ruhe, zur Entspannung kommst, dein Nervensystem beruhigst und irgendwas auch tust, was dir viel, viel Freude macht. Caroline, also das ist ja hin oder her, aber es kommt mir gerade so vor, als ob du hier die Elfe mit dem Zauberstab bist, der gerade alle Probleme löst. Und ich sage sofort hier im Kopf, shut up and take my money. Wie kann ich, ich denke mal, den Hörerinnen geht es genauso. Wie können wir denn mit dir zusammenarbeiten? Was hast du für Ressourcen? Was kannst du anbieten? Ich will die Kopffrei-Methode lernen. Jetzt sofort. Am 28.2024 kommt mein Buch die Kopffrei-Methode raus. Mehr schaffen, weniger tun. Das heißt, du kannst es dir jetzt vorbestellen. Und kleiner Tipp, bestell es dir vor und schau mal auf meinem Instagram, auf meiner Website vorbei. Es gibt nämlich eine kleine Launch-Aktion, sodass du noch ein kleines Dankeschön bekommst für deine Vorbestellung. Und in dem Buch bekommst du die komplette Methode. Es ist im Küssel Verlag. Es ist super cool aufbereitet. Die haben das mega schön gesetzt. Ich habe Sketchnotes dazu geschrieben. Es ist sehr nahbar und praktisch und umsetzbar. Es gibt auch einen Online-Kurs zur Mission, also Mission Kopffrei heißt der Online-Kurs zur Kopffrei-Methode. Können wir alles in die Shownotes packen hier. Und meine Hauptpläne sind Podcast und Instagram. Caroline, danke. Also danke nicht nur für das Interview. Danke für die Probleme, die du mal hattest, dass du da zugekommen bist, die mit dieser Methode zu lösen, dass du den Mut hattest, für dich einzustehen und eine bessere Lösung zu finden. Weil ich finde, die erste Frage, die wir uns immer stellen dürfen, ist, gibt es eine bessere Lösung sozusagen? Gibt es auch einen besseren Weg? Und du hast diesen besseren Weg gefunden und ihn für uns alle verfügbar gemacht? Und das ist der Wahnsinn. Dafür möchte ich dir an dieser Stelle wirklich von Herzen danken, auch im Namen von allen, die das jetzt hören. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Ich liebe meine Arbeit und ich freue mich, wenn ich andere damit inspirieren kann. Mega cool, Caroline. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss, mach's gut. Tschüss, gut.